Im Schlepperbetrieb kann viel Handarbeit in der Heuernte eingespart werden. Die hohe Arbeitsgeschwindigkeit des Schleppers und ein sicherer Zapfwellenantrieb der Geräte ergeben hohe Tagesleistungen. Die Kombination von Arbeiten, zum Beispiel von Mähen und Zetten, führt zu einer Verringerung der Trocknungszeit. Hier ein modernes Heugerät für Zapfwellenantrieb, angebaut an einem Schlepper mit Hydraulik und Dreipunktkupplung. Mit diesem Gerät können alle bei der Heuwerbung notwendigen Arbeitsgänge in besonders schneller Fahrgeschwindigkeit ausgeführt werden, wie hier zum Beispiel das Heu wenden oder hier nach Anbringen des Schwarzbrettes das Zusammenschwaben. Manche Fuhre guten Heues wird durch den Schleppereinsatz mehr gewonnen und vor einem Unwetter noch sicher eingebracht.